Noch eine Ergänzung zum Lehrvideo über Feedback G, und zwar die Saitenansicht, 90 Grad gedreht. Wenn wir hier in Wankum stehen, dann kommt der Hatschi Chirigi, 1, hinten absetzen, ungefähr auf dem Punkt in der Mitte, und links, rechts, und so weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Die wichtigsten zwei Punkte, Hatschi Chirigi, Oberkörper geht zurück, und coolen Schill, ganz tief, und dann nimm Joint, d.h. Becken schön weit nach vorne, Schultern zurück. Okay, viel Spaß beim Üben.